Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir treffen uns heute vor Weihnachten, um über die deutschen Messen und Weihnachtsmärkte ein bisschen zu diskutieren. Also noch einmal herzlich willkommen. Hier sehen Sie den Titel unseres heutigen Webinars und der Titel lautet Messestandort Deutschland. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, jak zawsze, na naszym spotkaniu przedświątecznym. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak Niemcy organizują u siebie targi. Nie będą to targi baranżowe, natomiast również przyjrzymy się jarmarkom świątecznym. Ale to na końcu. Also das werden wir am Ende machen. Also Messestandort Deutschland. Sogar auf diesem Pudu sehen Sie die berühmtesten Messgelände in Deutschland. Also das Gelände in Frankfurt, Messe Frankfurt, das Gelände in Hannover, das ist die deutsche Messe Hannover und schließlich unten die Messe Berlin. Tutaj już Państwo na zdjęciach widzą najsłynniejsze takie tereny, hale, obszary, na których właśnie odbywają się targi. Te najsłynniejsze niemieckie. Also die berühmtesten Messen, Branchenmessen in Deutschland. Frankfurt, Hannover oczywiście i Berlin. Zobaczmy, jak na to, 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 jak na to. Oder so etwas, also Berlin. Okay, also wir machen weiter. Wir setzen fort. Das ist das Ziel unseres heutigen Treffens. Wir werden Deutschland als Messestandort und die größten deutschen Messen besprechen. Wir werden auch an den Messen teilnehmen versuchen. Und den wichtigen Wortschatz natürlich werden wir üben. Heute werden wir wirklich sehr, sehr viele Wörter zum Thema Messen in Deutschland kennenlernen. Also hoffentlich. Hoffentlich. To jest cel naszego dzisiejszego spotkania. Omówimy fenomen Niemiec jako lokalizacji targów branżowych oraz największe niemieckie targi. Tutaj mamy słówko Messe Standort. Messe Standort to właśnie dokładnie znaczy miejsce odbywania się czegoś, prawda? Na przykład lokowania inwestycji, czy w tym przypadku targów branżowych. Messe Standort. No, wir haben auch Standort Poln, beispielsweise, wenn wir über die Investition in Poln sprechen. No i tutaj weźmiemy udział w targach. To znaczy zastanowimy się nad targami z punktu widzenia wystawców, z punktu widzenia odwiedzających te targi oraz również nieco z punktu widzenia miast, które są organizatorami danych targów. Die Agenda für heute, das ist der erste Punkt unserer heutigen Agenda. Ein Überblick über die größten Messen in Deutschland. Natürlich. Warum Deutschland? Also warum ist Deutschland ein guter Standort, wenn wir Messen organisieren wollen? Wir werden ein bisschen über die Statistik sprechen, ein bisschen über Messen in Zahlen und auch über die Gründe, warum Deutschland wirklich so ein guter Standort ist. Dlatego Niemcy, Targi, Lidba. Die fünf größten Messen werden wir auch kurz besprechen. Wir sprechen also die Geschichte und die Spezifik, die Eigenschaften, die Branchen und schließlich, was ist der Auma. Wenn wir über die deutschen Messen sprechen, dann müssen wir wissen, was der Auma ist und womit sich der Auma beschäftigt. Und das sehen Sie auf den Fotos. Das ist die Statistik, die der Auma veröffentlicht. Messe Trend 2015. Da haben wir eine der größten Messen, die in Deutschland stattfinden. Entschuldigung. Also das ist Personenkraftfragenmesse. Und schließlich, na Auma noch einmal, Messe geht Deutschland 2014. Also dieses Jahr sogar. Tutaj jeszcze po polsku dwa słowa, dlaczego Niemcy, Targi w Lidzbach, dlaczego Niemcy są taką świetną lokalizacją, jeżeli chodzi o Targi, dlaczego te Targi tam się tak rozwinęły. Co to Auma? Auma, ponieważ nie sposób mówić o niemieckich targach, jeżeli nie przyjrzymy się, czym jest ta organizacja. Po prawej stronie już widać właśnie, Auma publikuje statystyki dotyczące trendów niemieckiej gospodarki targowej oraz jedne z największych targów, które odbywają się w Niemczech. Der zweite punkt unserer heutigen Agenda. Wirtschaftliche Bedeutung der Messen. Aus der Perspektive der Aussteller. Und natürlich aus der Perspektive auch der Fachleute und Endverbraucher. Und schließlich aus der Perspektive der Messestätte. Oh, Entschuldigung. Okay. Also wir werden über diese Perspektiven ein bisschen heute diskutieren. Ich denke, diese Woche wird wirklich interessant für Sie sein. Gospodarcze znaczenie targów z punktu widzenia oferentów, ludzi z branży i końcowych odbiorców, czy też osób prywatnych, bo warto wiedzieć, że niektóre targi mogą odwiedzać tylko firmy, przedstawiciele firm z danej branży, a niektóre są skierowane dla obu tych grup odbiorców. Z punktu widzenia miastorganizatorów. Und schließlich der dritte Punkt, das sehen Sie hier, das ist Nürnberg, die Altstadt von Nürnberg. Und ja, ein bisschen Süßigkeiten, die wir dort kaufen können. Weihnachtsmärkte in Deutschland. Also wir werden eigentlich über einen Weihnachtsmarkt nur sprechen. Und das sind praktische Informationen. Der Nürnberger Christkindlesmarkt, also darüber werden wir in mehr Details, würde ich sagen, sprechen. Und schließlich Wortschatzwiederholung, wie immer. Das machen wir jedes Mal. Also hier auf der rechten Seite sehen Sie die Süßigkeiten, wie ich schon gesagt habe. Sehen Sie die Altstadt von Nürnberg. Der Weihnachtsmarkt, der in Nürnberg stattfindet, ist vielleicht der berühmteste, berühmteste Weihnachtsmarkt, vielleicht auch der Welt, aber bestimmt Deutschland. Świątaczeniem Jarmarki w Niemczech nie moglibyśmy przeprowadzić webinarium, bez wspominania o świętach, bo święta tuż, tuż. Praktyczne informacje, Jarmark świąteczny w Norymberdze oraz powtórka słownictwa. Po prawej stronie widzimy, jak to mniej więcej wygląda. Das aussieht. Wenn es Fragen und Übungen gibt, da sind Sie immer diese Zeichen, daran sind Sie natürlich jetzt schon gewöhnt. Gdy pojawią się pytania i ćwiczenia, to bardzo bym prosiła, żeby Państwo wpisywali w okienko questions odpowiedzi, wtedy zawsze pojawi się na ekranie gdzieś w rogu ten znak. Also wir beginnen mit einer umfrage eigentlich. Vielleicht könnten Sie mir sagen, ob Sie schon am Messen in Deutschland teilgenommen haben? Und welche branche war das denn ja? Also bitte schreiben Sie das jetzt. Bardzo bym prosiła, gdyby Państwo mogli po niemiecku, oczywiście, czy wzięli już Państwo kiedyś udział w targach w Niemczech? Może jakoś jako przedstawiciele danej firmy? Może po prostu tak z czystego zainteresowania? Ich bekomme schon die ersten Antworten. Nein, leider noch nicht. Nein, nicht. Und Herr Steffen hat gesagt, ja, ob Automobilmessen, ja ok. Vielleicht irgendwelche anderen Antworten. Ok, nein, leider nicht, Frau Monika. Also vielen Dank für die Antworten. Ich sehe, dass das ein bisschen frisch sein wird. Więc widzimy, że większość z Państwa nie wzięła jeszcze udziału w targach w Niemczech. Dostałam też super odpowiedź. Ich habe an Messen nicht teilgenommen. Całym zdaniem. Super, bardzo dziękuję Panu Maciejowi. Ok, also vielen Dank für die Antworten. Wir müssen also am Anfang drei wichtige Begriffe kennenlernen. Deutsch hat wirklich viele Wörter, wenn es um Messen geht. Und wir haben, vielleicht zeige ich das jetzt, wir haben Messen. Das ist, Messe ist eine zeitlich begrenzte und regelmäßig an einem bestimmten Ort stattfindende Marktveranstaltung. Und diese Marktveranstaltung findet in einem Messengelände statt. Aber wir haben auch den Markt. Also der Markt, das ist etwas wie targ, rynek też oczywiście. Taki może być jakiś zielony na przykład i tak dalej. Und wir haben die Ausstellung. Das ist ja natürlich ein Fehler hier. Tutaj błąd, bo miałam wcześniej w innym przypadku to sformułowanie. Natomiast die Ausstellung, das ist wystawa. A więc mamy targi branżowe na przykład. Mamy taki targ, gdzie bardziej jesteśmy nastawieni na sprzedawanie i mamy jeszcze wystawę. Ważne jest to słówko, das Messe gelände. To jest właśnie ten obszar, na którym odbywają się targi. A więc targi to ograniczone w czasie wydarzenie, które oczywiście odbywa się w odpowiednim miejscu, właśnie tym Messe gelände. I jak tutaj widzimy, właśnie jest to pewnego rodzaju taka zorganizowana impreza, czy też wydarzenie. Und jest eine Übung. Vielleicht werden wir das ein bisschen üben. Und auch werden wir ein bisschen Wortschatz üben in dieselbe Zeit. Also ergänzen Sie bitte die Sätze. Wir haben auf der linken Seite Messen, Ausstellungen und Märkte. Und hier haben wir die Erklärungen auf der rechten Seite. Also dienen vorwiegend dem Verkaufszweck, sind auf bestimmte Fachleute als Zielgruppe ausgerichtet und wenden sich an breites Publikum und dienen der werbenden Präsentation der Firmen. Also bitte versuchen Sie jetzt, diese Übung sehr kurz zu machen. Okay, also einen Moment. Vielleicht erkläre ich das ja auch auf Polnisch. Czyli tutaj mamy odpowiedź A służą w przeważającym stopniu, celom sprzedażowym. Also Verkaufszweck to jest cel sprzedażowy. Tutaj są nastawione głównie na, powiedzmy, ludzi z branży czy też firmy, na fachowych takich odbiorców, jako grupie docelowej. I C zwracają się ku szerszej publiczności. I głównie chodzi tutaj o zaprezentowanie takie reklamowe firmy. A więc mamy Messen, Ausstellungen, Märkte. Targi, wystawy, ewentualnie takie targi bardziej okay. Vielleicht werde ich das nicht sagen. Und ich habe die Antworten bekommen. Odsznawamisch, Odpowizji. Also vielen Dank, Herr Grzegosz. Vielen Dank, Herr Alexander. Ja, vielen Dank. Frau Maria hat auch geantwortet. Vielleicht eine Sekunde mehr. Herr Robert hat auch geantwortet. Hat auch eine Antwort geschrieben. Also vielen Dank dafür. Vielleicht noch eine Sekunde. Und wir werden das gleich prüfen. Vielleicht prüfen wir das jetzt. Vielen Dank für die Antworten. Also Messen. Messen, das ist B. Also 1B. Messen sind auf bestimmte Fachleute als Zielgruppe ausgerichtet. Da haben wir Ausstellungen. Das ist 2. Und 2 ist C. Wenden sich an breites Publikum um die in der werbenden Präsentation der Firmen. Czyli wystawy raczej się ku szerszej publiczności skłaniają. Czyli zarówno ku prywatnym odbiorcom, jak i ewentualnie osobom z branży, czy też firmom, przedstawicielom firm. Natomiast tutaj Märkte dienen vorwiegen dem Verkaufszweck. Czyli ta odpowiedź 3. Tutaj chodzi o to, że one głównie służą celom sprzedażowym. Also Verkaufszweck. Czyli sprzedażowy jest teraz. Verkaufenskretarbe. Also Messestandort Deutschland. Damit beginnen wir. Die Fachwörter und den Fachwortschatz. Ein bisschen Zahlen müssen wir kennenlernen, bevor wir über die bestimmten Messen sprechen. Also deutsche Messen erwirtschaften Produktionseffekte von 23,5 Milliarden Euro. Das ist ja wirklich sehr, sehr viel. Zwei Drittel der global führenden Messen der einzelnen Wirtschaftsbranchen finden in Deutschland statt. Das ist wirklich erstaunlich. Zwei Drittel. 150 internationale Messen und Ausstellungen gibt es in Deutschland pro Jahr. Das ist auch ein bisschen schockierend, ein bisschen erstaunlich. Es gibt 150.000 Aussteller und so viel wie 9 bis 10 jährlich Millionen Besucher pro Jahr. Wie ich schon gesagt habe, diese Zahlen sind wirklich schockierend, ein bisschen, wenn wir das sehen. Da haben wir 22 Messeplätze, wenn es um internationale Messen und Ausstellungen geht. Und 2,7 Millionen Quadratmeter Hallenfläche. Ausgaben. Wenn es um Ausgaben der Aussteller für Messenengagement geht, da beträgt diese Zahl 12 Milliarden Euro pro Jahr. Also 12 Milliarden Euro pro Jahr geben die Firmen für Messenengagement jährlich. Das ist wirklich sehr viel. Und 50% der Aussteller und 20% der Besucher kommen aus dem Ausland. Also wir sehen hier, dass es gibt viel Internationalität, wenn wir über die deutschen Messen sprechen. Das ist auch ein bisschen, wenn es um 20 Milliarden Euro pro Jahr zu sehen. Natürlich zależy od roku, zaraz sobie też o tym powiemy. Aber wenn man die Międzynarodowe, die największe targ und wystawy, 22 miejsca, in denen sie organisiert werden, dann das 2,7 mln m² auf der Hälfte. Wenn man die Ausgaben, das sind die Ausgaben, das sind die Ausgaben für die Veranstaltungen, das wird 12 mld euro prozent für die Veranstaltungen in Niemczech. A więc bardzo dużo, moim zdaniem oczywiście. 50% tutaj chodzi o międzynarodowość tych targów niemieckich, 50% wystawców, prawda, Ausstela i 20% odwiedzających bez ucha pochodzi z zagranicy. No i w sumie odbywa się około 150 międzynarodowych targów, prawda, takich targów między, faktycznie, które mają wielką taką publiczność międzynarodową rocznie. A więc, te liczby naprawdę są bardzo, no bardzo takie wielomówiące, powiedziałbym. Also, sie sind wirklich erstaunlich, wirklich ein bisschen schockierend. Und wenn es um die Interessen der deutschen Messewirtschaft geht, da haben wir eine Organisation, die der Auma heißt. Der Auma wurde im Jahr 1907 gegründet. Und das ist der Ausstellungs- und Messeausschuss der deutschen Wirtschaft. Also, diese Organisation, dieser Verband, vertritt die Interessen der Aussteller, Veranstalter und auch die Besucher von Messen. Also, alle Subjekte, die an Messen beteiligt sind. Und hier vielleicht ein paar Wörter auf Polnisch auch. Jeżeli chodzi o tak potężne zjawisko, jakim są w Niemczech targi, zjawisko gospodarcze, no to oczywiście musi być organizacja, która w pewnym sensie reprezentuje interesy wszystkich podmiotów zainteresowanych targami, prawda. No i właśnie taką organizacją w Niemczech jest Auma, która została założona bardzo wcześnie. Tutaj już widzimy historię długą niemieckich targów w 1907 roku, założona, prawda. No tutaj jest jej pełna nazwa. Die Ausstellung zum Messeausschuss der deutschen Wirtschaft. Warto zauważyć, że przy okazji der Aussteller ist eine komisja. Na przykład mamy sejmowe komisje, also die Ausschüsse jetzt im Parlament, beispielsweise der Verband, Związek, Stowarzyszenie. To jest w zasadzie takie stowarzyszenie, prawda, które reprezentuje interesy wystawców, organizatorów targów, Veranstalter und i oczywiście odbiorców, czy też odwiedzających targi. A więc die Auma. Oni też publikują najważniejsze informacje dotyczące na przykład trendów na niemieckich targach, czy też w niemieckiej gospodarce właśnie takiej targowej. Womit beschäftigt sich der Auma? Czym sejmuje się Auma? Also, es gibt natürlich, wie immer, Organe, wie der Vorstand, und das sind höchstens 22 Vertreter der Aussteller und Besucher. Es gibt auch hier natürlich eine Mitgliederversammlung und die Geschäftsführung. Es gibt auch Arbeitskreise bei der Auma, also Arbeitskreise beispielsweise für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskreis, Besucherservices oder IT Working Group. Also, das sind manchmal auch englische Begriffe eigentlich. Aber diese Arbeitskreise gibt es beim Auma. Und welche Aufgaben hat diese Organisation, können wir uns fragen. Also, das ist ja natürlich Lobbyarbeit. Lobbyarbeit. Sie vertreten auch die Interessen der Beteiligten aller diesen Subjekte. Beispielsweise, wenn Sie etwas mit den Behörden veranstalten wollen. Es gibt auch die zweite Funktion, also das ist Information und Statistik, kostenlose Datenbank, gibt es bei der Auma. Also, wenn Sie die Webseite besuchen, da sehen Sie das alles. Haben Sie alle Unterlagen und Durchführung von Studien zur Messewirtschaft. Diese zwei Punkte sind natürlich verbunden. Und Unterstützung der Ausbildung und Weiterbildung in der Branche. Und wenn Sie sich nicht in der Auma haben, wenn Sie vielleicht auch die Unternehmen haben, wenn Sie sich über die Einstellungen aus der Auma haben, wenn Sie sich in die Augen haben, die wir manchmal zusammen sind, sind die, die haben eigene Firmen. Also, Sie sind einfach auf die Seite von Auma haben. Sie haben viele aufbrikulatoren, viele informationen bei uns überprüftschenen, na temat tego, jak należy zaplanować swoje wystąpienie na targach niemieckich. To oczywiście w wersjach różnych językowych jest dostępne. Tutaj organy, Aumy, oczywiście Vorstand to zarząd, też spółek jak najbardziej, wszelkiego rodzaju. I tutaj mają 22 przedstawicieli. Ważne, że ci przedstawiciele są zarówno ze strony wystawców, jak i odwiedzających. Mają zebranie członków oczywiście, Mitglieder für Sammlung, bo to jest tak naprawdę stowarzyszenie, prawda? Czyli tutaj nie mają Aufsichtsratu, prawda? Czyli tam rady nadzorczej, czy takiego typowego walnego zgromadzenia i Geschäftsführung jako kierownictwo. Są też takie grupy robocze w Aumie, które zajmują się różnymi sferami jej działalności, na przykład tutaj kwestiami IT, kwestiami związanymi z kształceniem podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w targach, czy też organizatorów targów i tego rodzaju, oczywiście tutaj różnego rodzaju kwestie marketingowe w to wchodzą i tak dalej. Czyli właśnie podsumowując te zadania Aumy, to będzie praca taka lobbyingowa, też przedstawia, też reprezentowanie interesów oczywiście tutaj wystawców, czy odwiedzających przed różnymi organizacjami takimi rządowymi bardziej. No i oczywiście prowadzenie statystyk, przeprowadzanie badań, also durchführung von studien i ewentualnie wspieranie tego właśnie wykształcenia branży. To jest całkiem duży biznes, powiedzielibyśmy. Und ein paar worte über die Messe Wirtschaft Deutschland. Wie schon gesagt habe, diese Angaben wurden von dem Auma veröffentlicht, also Messeplatz Deutschland 2014. Auf der linken Seite, vielleicht zeige ich das, auf der linken Seite sehen Sie die Entwicklung. Also im Jahr 2014, das ist natürlich ein vorläufiges Ergebnis, aber gibt es mehr Aussteller als im Vorjahr. Es gibt auch ein bisschen weniger inländische Aussteller, aber mehr ausländische Aussteller. Also das ist wirklich eine positive Entwicklung. Und wenn es um Aussteller Standfläche geht, da haben wir nicht so viele Entwicklungen und dann Besucher und auch mehr Besucher dieses Jahr als voriges Jahr. Messeplatz Deutschland, wir sehen hier die Internationalität der deutschen Messen. Also natürlich 63% der Aussteller kommen aus der Europäischen Union. Wir haben aber auch Europa, aber nicht Europäische Union, Lateinamerika, Afrika, sogar Australien und Ozeanien. Also sehr viele Regionen oder Länder werden dort repräsentiert. Ein bisschen Wörter sind unten die Stand Fläche powierzchnia stoisk. Tak w ogóle Fläche to jest powierzchnia ogólna. Inländische Aussteller wystawcy krajowi, Ausländische Aussteller zagraniczni i die Besucher odwiedzający. Dosłownie jedno słówko po polsku tutaj prezentuje Auma tendencję, w jaki sposób zmienia się uczestnictwo w targach rok do roku. W porównaniu z poprzednim rokiem to mamy na przykład więcej wystawców i więcej odwiedzających. Akurat mniej będzie wystawców krajowych. A po prawej stronie międzynarodowość targów, czyli z których regionów pochodzą wystawcy najemiejskiej targach. Und ein paar mehr Informationen. Wir sehen hier, dass die Unternehmen wirklich viele Beteiligungen planen. Und auf der linken Seite sehen Sie 18% der inländischen Aussteller mehr Beteiligungen nächstes Jahr planen und wenn es um die ausländischen Aussteller geht, dann ist das 12% von denen und sie planen, wie ich schon gesagt habe, mehr Beteiligungen, gleich viele Beteiligungen, das ist natürlich die größte Zahl, also 63% und 77%. Auf der rechten Seite, Zahl der Aussteller, wie das sich entwickelt hat seit dem Jahr 2009, da hatten wir Wirtschaftskrise und deswegen ist diese Zahl nicht so positiv, da gab es eine negative Entwicklung von 4,3%. Aber trotzdem sehen wir, dass diese Tendenzen sind jetzt eher positiv. Und die Wörter unten, die Messe Beteiligung, właśnie Przestnictwo w Rynkach, der Aussteller, der Veranstalter, Organizator und die Entwicklung, to będzie właśnie w tym przypadku Tendencja, to znaczy rozwój, ale tutaj głównie chodzi o to, jak te liczby się zmieniały. To widać, że sporo wystawców planuje w przyszłym roku więcej uczestnictwa w targach, a po prawej stronie widzimy, jak kształtowała się liczba wystawców, jeżeli chodzi o targi takie międzynarodowe. Tutaj widzimy, że był kryzys oczywiście w 2009, więc było tych wystawców mniej, ale później już te tendencje były pozytywne raczej. No i słownictwo widzimy poniżej. Und schließlich, das ist die letzte Folie mit der Statistik, also Messewirtschaft Deutschland, die deutsche Messewirtschaft, Umsatz der Messegesellschaften. Das ist auch sehr wichtig. Es gibt in Deutschland viele Messegesellschaften, die wirklich den Umsatz erwirtschaften. Und auch mal Messe-Trend auf der rechten Seite, wie wichtig ist diese Messebeteiligung für die Aussteller im Vergleich zu anderen Marketing-Mix-Strategien oder Kanalen. Also ziemlich wichtig, würde ich sagen. Also das steht auch an der zweiten Stelle nach eigener Webseite. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig für Sie, denke ich. Und die Wörter sehen Sie unten, wie auf diesen Folien, also der Umsatz, obroty, to warto oczywiście sobie zapamiętać. Die Messegesellschaft, Firma Organizująca Targi. Gesellschaft to ogólnie będzie przedsiębiorstwo, prawda? Gesellschaft, też oczywiście towarzystwo, ale tutaj bardziej biznesowe mamy. So, die Veranstalter, Organizator und die B2B-Kommunikation. Chodzi tutaj raczej o komunikację business-to-business, prawda, a nie business-to-client, jeżeli chodzi o organizację targów w Niemczech, czy też uczestnictwo w nich. I to jest dosyć ciekawe, bo tutaj jeżeli weźmiemy różne kanały marketingu Mix, prawda, czyli na przykład własna strona internetowa, to ona jest oczywiście, oceniają ją jako najważniejszą, prawda, z tych wszystkich tutaj możliwości. Natomiast targi na drugim miejscu, prawda? Tutaj oczywiście chodzi o niemieckie przedsiębiorstwa, które biorą udział w targach. Po lewej stronie liczby dosyć szokujące, prawda, bo tutaj chodzi o obroty firm, które zajmują się organizacją targów, prawda, czyli to jest Umsatz, Messe-Geselschaft. To jest troszkę takich, może dla mnie ciekawych Statistik, mam nadzieję, że dla Państwa też skomplu widzenia, jakby nie. Słownictwa. Also, wenn es um den Wortschatz geht, ist das wirklich, wirklich interessant. Und wir könnten uns eine kleine Frage stellen. Warum sind die deutschen Messen so berühmt? Warum sind sie so erfolgreich? Also, es gibt viele Faktoren. Es gibt auch viele Gründe dafür. Und einige von diesen Gründen sehen Sie hier. Also geopolitische Lage, ja, da können wir sagen, dass Deutschland im Herzen Europas liegt. Und die Internationalität, wie ich schon gesagt habe, der deutschen Messen. Wir haben auch solche Faktoren wie Kooperation der Marktpartner. Und wir haben solche Organisationen wie der Auma. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn wir über die deutschen Messen sprechen. Da haben wir Infrastruktur. Das ist immer eine Stärke, wenn es um Deutschland geht. Und attraktive Messegelände, 10% der weltweiten Messekapacitäten usw. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Noch einmal ein bisschen schockierend. Und auf der linken Seite, kwalität der Veranstaltungen. Also langfristige Realisierung von Messekonzepten. Czyli wszystkie te czynniki składają się na sukces Niemiec, jako lokalizacji tych targów. Oczywiście możemy klasykę powiedzieć, że znajdują się w centrum Europy, więc ważna to jest ich międzynarodowość i takie ogólne położenie też historyczne. Ale bardziej chyba w tym momencie to współpraca różnych partnerów rynkowych, różnych partnerów, podmiotów zaangażowanych właśnie w uczestnictwo w targach. Und wie immer in der Niemiec ist die Infrastruktur, die Atrakcyjne sind, wie wir in der Zwischenzeit, die Miejsca Organizacji Targ haben, bis zum 10% der Powierzchni, oder sogar noch mehr Objęte, hal, oder auch Miejs, in denen sind die Targ organisiert. Das ist 10% der Welt, wenn es um Międzynarodowe Targi und Verstappen ist. Und natürlich auch die Verstappen. Die Verstappen sind auch die Verstappen. Das sind auch die Konzepte, die sehr lange dauern, weil die Targen dauern, etwa seit 70 Jahren, und einige sogar seit 19. W. Das werden wir auch sehen. Also das sind diese Faktoren. Ich habe auch zwei mehr geschildert. Ich möchte mich noch einmal auf einmal auf zwei andere. Deutschland ist natürlich eines der größten Exportländer der Welt. Also das ist vielleicht nicht erstaunlich, dass Sie Ihre Produkte zeigen wollen an der internationalen Böhne. Und die über 800-jährige Geschichte der deutschen Messen, einiger von den deutschen Messen, wie beispielsweise auf der rechten Seite sehen Sie die 21. Automobilausstellung im Jahr 1928 in Berlin. Also das war wirklich interessant, wie Sie das veranstaltet haben. Und auf der linken Seite nur der Beweis, dass Deutschland nach China ist und nach den Vereinigten Staaten das dritte Exportland der Welt ist. Damit pozwoliłam sobie, jak wspomniałam, jeszcze na dwa Abeneidivi zwrócić uwagę. Niemcy to oczywiście wielki eksporter, więc nie jest dziwnego, że chcą pokazywać swoje towary, czy też swoje produkty, usługi i tak naprawdę wszystko, co eksportują. Teraz są na trzecim miejscu, za Chinami i za Stanami Zjednoczonymi, tak jak widzimy po lewej stronie. Po prawej stronie widać z kolei długą historię niemieckich targów. W niektórych przypadkach to jest nawet 800-letnia historia, więc od średniowiecza te targi gdzieś tam w innej formie oczywiście się odbywały. No i na przykład widzimy wystawę samochodów w 1928 roku w Berlinie, także już tutaj świetnie zorganizowana, moglibyśmy powiedzieć. Und hier sind sie auch alte Veranstaltungen, also internationale Luftschifffahrtausstellung in Frankfurt im Jahr 1909 und die Grüne Woche, das ist eine landwirtschaftliche Messe. Und diese Messe gab es sogar in den 30er Jahren, also das war das Jahr 1930, also sehen Sie die landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf der rechten Seite. Und unten ein paar Informationen mehr, also schon im Mittelalter gab es Messen, wichtige Messen eigentlich, in Leipzig, Frankfurt am Main und in Köln. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es zum ersten Mal die sogenannten Mustermessen, die wir auch heute kennen. Tutaj nasz Dienczach w też takie stare, prawda? Obrazki z dawnych targów, na przykład wystawa Sterowców w 1909 roku po lewej stronie, a po prawej stronie Zielony Tydzień. To są takie targi produktów rolnych, które się odbywają też już bardzo długo, od pierwszej połowy, jak widzimy, XX wieku. Warto zauważyć, że już w średniowieczu, also schon im Mittelalter, były w niektórych miejscach, miastach w Niemczech ważne z punktu widzenia handlowego targi, na przykład w Lipsku, w Frankfurcie nad Menem i w Kolonii, tak jak tutaj widzimy Leipzig, Lipsk, Frankfurt am Main und Köln. No i to jest taka dosyć ważna, moim zdaniem ciekawa informacja, że w połowie XIX wieku pojawiły się tak zwane Mustermessen. Powiedzielibyśmy targi takich wzorców, prawda? Bo wcześniej no to targ polegał na tym, że się przychodziło, kupowało, od razu brało do domu i było się zadowolonym z transakcji, albo też nie. Natomiast w XIX wieku pojawiła się taka forma takich targów, że przychodzimy, oglądamy tylko wzór produktu, czyli Muster eines Produkts, i potem już sobie samawiamy. Właśnie mamy jakąś umowę. Also, wier können ein Produkt bestellen oder einen Vertrag abschließen na tej messe. Also, das war die erste Form dieser Mustermessen. Und wenn wir über die größten deutschen Messen sprechen wollten, diese Messen sehen Sie hier, in dieser Tabelle. Also, wir haben hier Messe, Ort, Zahl der Besucher und Jahr. Also, in welchem Jahr diese Zahl der Besucher erreicht wurde. Wir sehen, dass die größten Messen sind, vielleicht werde ich das zeigen, IAA, Ach, Entschuldigung, da habe ich eine Messe gemacht. Moment, bitte. Wie soll ich das zeigen? Aber IAA-Personenkraftwagen, das ist die populärste Messe in Deutschland, die in Frankfurt stattfindet. Und im Jahr 2007 gab es eine Million Besucher. Also, das war wirklich eine große Zahl, würde ich sagen. Dann haben wir Cebit, und das ist in Hannover, fast eine Million der Besucher. im Jahr 2001, jetzt haben diese Messen ihre negative Entwicklung. Da haben wir Bauma in München, internationale Grüne Woche, über die ich schon ein bisschen gesprochen habe, und Agritechniker in Hannover. Also, wirklich eine halbe Million der Besucher. Also, das ist wirklich eine, alle diese Zahlen sind wirklich erstaunlich, würde ich sagen, und auch ein bisschen schockierend. Und jetzt, die größten deutschen Messen. Die größten deutschen Messen, solche Besitzkarten habe ich vorbereitet. Also, wir beginnen mit IAA-Personenkraftwagen. Das war die größte Messe Deutschlands. Und wir haben hier ein Motto, die wirklich interessant war. Also, das automobilste Show der Welt. Das automobilste Show der Welt. Natürlich auf Englisch. Das lieben die Deutschen sehr. Die Branche, das war Automobilindustrie, Standort, die Frankfurter Messe, also in Frankfurt. Termin. Diese Messe findet jedes und gerade Jahr Mitte September statt. Und das ist interessant, terminlich getrennt. Also, es gibt Fachbesucher und es gibt auch Publikumstage. Also, Fachbesucher und breites Publikum können diese Messe nicht zusammen besuchen. Und auf der rechten Seite CeBIT, Datability war das letzte Motto. Das ist die Branche, natürlich, das klingt so, würde ich sagen, Informationstechnik. Und der Standort, das ist der Messegelände Hannover. Termin jedes Frühjahr. diese Messe befindet sich jedes Jahr in Hannover. Und das ist ja auch ein bisschen für Polen, glaube ich, interessant. Denn im Jahr 2013, also 2013, das Leitthema war Share Economy und das Partnerland war damals Poln. Also, es gibt immer ein Partnerland von CeBIT, also wenn es um diese Messe geht. Tutaj takie wizytówki przygotowałam największych niemieckich targów, które można odwiedzić też jako osoba jak najbardziej prywatna. Das ist dasykawe doświadczenie. Po lewej stronie IAA, właśnie, Person, Kraftfagen, fajne hasło, tylko dosyć angielskie, prawda? Tutaj mamy branże, mamy miejsce we Frankfurcie, termin, tutaj ungerade, jedes ungerade, ja, czyli każdego niefarzystego roku, połowie września się odbywa, no i jest podzielony terminowo, tak jak mówiłam. Są dni przeznaczone dla ludzi z branży, dla firm, a też są dni skierowane tylko do szerszej publiczności. Targi po prawej stronie, targi CeBIT, tutaj jak widzimy branża informacyjna, technologie informacyjne, prawda, informatyka, odbywa się w Hanowerze, te targi odbywają się w Hanowerze, każdego roku wczesną porą, można powiedzieć, chyba z tego, co pamiętam, marzec. I tutaj das Leit Thema z 2013, das vielleicht interessant, w 2013 roku takim tematem przewodnim, prawda, Leitmotiv, mamy takie słowo, mamy też słowo Leit Thema, tutaj partnerem była Polska, akurat i temat hasło było Share Economy. Oni zawsze mają takie motto, prawda, sie haben immer ein motto, wenn es um diese Messe geht. und die größten leitenden Messen, Bauma 2013, und das ist eine Übung für Sie. Diese Bauma hat so ein Motul, wegweisend mehr als Lösungen und bitte tragen Sie in das Questions Fenster, was in diesen Lücken stehen sollte. Also wir haben Baumaschinen, da haben wir neue Messe München, alle drei Tage dauert sieben Tage und Besucher jeder kann die Messe besuchen. Bardzo proszę was to was was to was to was to was was maszyny budowlane neue Messen lichen tutaj mamy Monachium kiedy się odbywa czyli co trzy dni i trwa siedem dni każdy może odwiedzić te targi besucher. Also ich warte auf die antworten co tam powinno stać w tej informacji. Ich bekomme von die ersten antworten das ist korrekt. Ok Herr Maciek vielen Dank Herr Alexander und vielleicht ich habe auch die antwort von Herrn Robert Bekan. Nie wiem czy Państwo pracują w branży budowlanej ale być może na pewno warto odwiedzić te powiedzmy pochodzę z takiej rodziny budowlanej właśnie więc może dlatego się zainteresowano die baume. Ok also vielleicht werden wir das prüfen. Tutaj w jedynce powinno stać branche czyli branche das ist baumaschinen a w drugiej luce ort tak jak Państwo napisali czyli neue messe albo standort ewentualnie neue messe München also das war super und Nummer 2 die messe Nummer 2 die grüne woche Internationale grüne woche Berlin und sie haben die Nummer 3 und 4 also bitte versuchen sie das jetzt diese Antwort jetzt einzutragen also branche haben wir Landwirtschaft tutaj mamy właśnie branche rolnictwo Standort Messe Berlin czyli gdzie się odbywa no i później mamy Jahresanfang i co to może być początek roku no ja przy okazji powiem jak Państwo wpisują odpowiedzi że te targi są zawsze oprotestowywane mocno bo tutaj chodzi o stosowanie na przykład antybiotyków u zwierząt tego typu powiedzmy można powiedzieć kontroversyjne kwestie i później mamy Fachleute und allgemeines Publikum i chcę wiele antwort na nie bekommen vielen Dank Herr Grzegorz vielen Dank Herr Alexander vielen Dank Herr Paweł hat auch geantwortet Frau Monika also vielen vielen Dank ja das ist wahr vielen Dank Herr Alexander ok also das stimmt hier haben wir Termin und hier haben wir besucher takie proste ale żeby sobie poćwiczyć to dla osób które się zaczynają uczyć jak będą właśnie jak będzie termin jak będzie branża jak będzie miejsce i jak będą odwiedzający a więc tutaj będzie besucher no i jak chcemy pojechać zaprotestować albo też nie to oczywiście międzynarodowe targi rolnicze jak najbardziej grüne wóche można odwiedzić und eine Übung jetzt wir haben wir haben vier fotos und wir haben vier messen auf der linken Seite und bitte sagen Sie welche messen sehen Sie hier auf diesem Fotos wir haben Bauma IGW also das ist Internationale Grüne Wuche IAA Person Kraftwagen und Cebit also was ist was chciałabym żeby Państwo jeszcze popatrzyli na te kuszące zdjęcia targowe i spróbowali dopasować które targi pasują do których zdjęć also bitte ja ich habe schon die ersten antwort na wie beką also vielen Dank Frau Agnieszka hat antwort vielen Dank Bardzo dziękuję Pani Beatie Bardzo dziękuję Pani Agnieszce Vielen Dank Stefan hat auch geantwortet Ja Maciej Vielen Dank Frau Agata Vielen Dank Aleksandra Vielen Dank ja auch Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi Aha mam jeszcze trochę informacji to może już sobie powoli sprawdzimy Also wir haben Bauma Bauma das ist ja natürlich A A Vielen Dank Aleksander Entschuldigung dass ich so schnell das mache Also Bauma das ist A Targi Budowlane Baumaschinen ja natürlich Fahrzeuge I gewinn internationale grüne woche das ist ja C Also 2 2 2 I A Person Kraft Das ist D Also 3 D No Takie mają właśnie na przykład tutaj grafiki I CBIT CBIT 4 und das ist B 4 B to Są targi właśnie informatyczne akurat stanowisko Della Są trafi war ok also ja vielen Dank das war korrekt ok und jetzt ah entschuldigen ok wenn wir eine Firma sind natürlich und wollen an einer Messe teilnehmen dann müssen wir irgendwelche Messeziele haben und es gibt viele Messeziele und am ersten also vielleicht erstens oder am Anfang werden wir die quantitativen Messeziele besprechen der Wortschatz hier ist wirklich sehr sehr interessant für die Fachleute würde ich sagen ja auch also Kontaktziele wir können durch diese Messen durch diese Messebeteiligung Stammkunden pflegen Neukunden gewinnen also Neukunden gewinnen und neue Kooperationspartner und wir können auch unsere wichtigen Kunden betreuen also das ist der erste Punkt Pierwszym Punktem celów jakimi kierują się firmy uczestnicząc w niemieckich targach to takie różnego rodzaju zadzierzganie nowych kontaktów po pierwsze to jest właśnie troska o stałych klientów pozyskiwanie nowych klientów pozyskiwanie nowych partnerów oraz oczywiście można nawet pozyskać nowych współpracowników gewinnen und neue mit ab ewentualnie można powiedzieć zajmowanie się troska o tych takich najważniejszych dla nas klientów nowych komunikations und Informationsziele ja natürlich wir können durch die Messen Bekanntheitsgrad unsere firma steigern wir haben auch Image Verbesserung wir können Beziehungen zu Medien aufbauen und pflegen und natürlich Markt Forschungsgründe können auch sein z różnego rodzaju informacyjne kommunikacyjne czyli podnosimy pierwsza kropka podnosimy po prostu wśród ludzi świadomość istnienia w ogóle naszej firmy czyli jesteśmy firmą bardziej znaną dzięki uczestnictwu w targach poprawiamy wizerunek budujemy związki z mediami jakby jakoś tam je poprawiamy czyli różnego rodzaju cele reklamowe cele marketingowe badanie rynku również präsentationsziele ja natürlich auch präsentation von produkten leistungen technischen verfahren also das es gibt ja viele und schließlich vertriebs und verkaufsziele also wir müssen wir möchten verkaufs und vertrags abschlüsse haben oder erreichen neue bedingungen möchten wir vielleicht durchsetzen oder neue märkte erschließen wir haben auch den aufbau neuer vertriebswege und wir betreuen noch einmal tutaj cele sprzedażowe cele zbytu bo vertrieb to będzie zbyt możemy po prostu zawrzeć umowy sprzedażowe możemy przeforsować durchsetzen przeforsować nowe warunki pozyskać nowe wejść na nowe rynki to jest takie fajne hasło erschließung noja märkte erschließen no i możemy oczywiście zbudować nowe drogi zbytu nowe kanały zbytu czy też je rozbudować also das sind kwantitative ziele es gibt auch kwalitative ziele die wir bei unserer messen beteiligung haben können also präsenz beim Branchen treff positionierung im wettbewerbs vergleich also wir können unsere Produkte mit den produkten von unseren wettbewerbern vergleichen da haben wir networking mit kunden und wettbewerbern beitrag zum branchenmarketing stiftung von wir gefühl ja natürlich von mitarbeitern und steuerung interne projekte durch messe termin vorgaben also hier cele jakościowe może tylko najważniejsze tutaj z nich oczywiście obecność przy spotkaniu firm z danej branży więc możemy zobaczyć spozycjonować się na tyle konkurencji widzimy się na tle konkurencji wettbewerber to będą nasi konkurenci możemy jakieś z nimi kontakty nawiązać no i oczywiście promujemy całą naszą branżę przy okazji ewentualnie też jakieś cele budowania takiej solidarności w zespołach czy też pewnego rodzaju integracja zespołów und eine öbung jest chodzi o to żeby te wszystkie cele jakoś uprościć bo było tam dużo informacji było dużo ciekawych słów które wszystkie te słowa oczywiście państwo dostaną w materiałach web po webinaryjnych natomiast chodzi tutaj o to żeby troszeczkę te informacje uprościć czyli jakie możliwości daje wystąpienie na targach wystawcy also welche Möglichkeiten gibt tym australor der messe auftritt no i może własne produkty coś tam also seine eigenen produkty etwas die stammkunden etwas marktworzion tutaj nic nie mamy sich über das angebot der konkurence czyli coś z ofertą konkurencji prawda angebot konkurence noje kontakte czyli możero bis nowy kontaktami czyli możero bis interesami also geschäfte also bitte versuchen sie jetzt versuchen sie jetzt diese lücken zu ergänzen und ich nehme vielleicht einen schluck wasser ich sehe schon die ersten antworten also vielen dank vielen dank frau monika vielen dank frau agneska vielleicht warten wir ein bisschen ach Herr Alexander hat auch geantwortet jeszcze tutaj wyjaśnię te czasowniki które mi należy uzupełniać informieren oczywiście poinformować poinformować się abschließen zawierać na przykład umowę aufnehmen podejmować vorstellen przedstawiać fliegen troszczyć się o coś pielęgnować prawda fliegen to vielleicht prüfen wir das jetzt sehr kur sehr ok ich habe das also der Aussteller hat diese Möglichkeit seine eigenen Produkte vorzustellen also das ist 1D 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 zu informieren also 2A i poinformować się o ofercie konkurencji 3 neue kontakty Entschuldigung Frau Beata troszeczkę poleciałam widząc czas nie zaczekałam przepraszam bardzo oczywiście bardzo dziękuję za odpowiedź also neue kontakty können wir neue kontakty aufzunehmen also die Aussteller hat die möglichkeit neue kontakty aufzunehmen czyli zadzierżgnąć zapodjąć neue kontakty business geschäfte geschäfte natürlich abzuschliwić czyli zawierać interesse i die stammkunden zu pflegen also 4E also vielen Dank für alle Antworten tutaj jeszcze Pan Aleksander ma pytanie Herr Aleksander hat eine Frage 3B 3B neue kontakty kontakty abschließen ihr knüpfen wir knüpfen ihr kontakty also ihr tutaj chodzi o zawarcie interesów umów takich rzeczy raczej kontakty knüpfen oder aufnehmen also vielen Dank noch einmal für die Antworten und wir sprechen jetzt über den erfolgreichen messeauftritt czyli jak udanie zaprezentować się na targach oczywiście musimy mits dobrze za projekto wana stanowisko wir müssen ein gutes messestand design haben und es gibt firmen die solche entwörfe vorbereiten und wir können da natürlich so eine firma darum bitten diesen stand zu designen also wir haben so eine firma hier wir haben viele möglichkeiten beispielsweise modell Hannover modell Köln oder Berlin also viele stände viele möglichkeiten um unseren stand attraktiv zu machen das sehen sie hier es gibt solche firmen die sich darauf spezialisieren die firmy spezialisieren sich dokładnie w projektowaniu stanowisk targowych można sobie wybrać różne modelle można samemu oczywiście też mit wymaganiu der Auma hat auch geschrieben dass hier umweltfreundliche messe auftritt haben sollen also hier sehen sie wie spezifisch eigentlich und detailliert das ist Energiesparlampen oder modulbau weiß Dekostoffe verwenden das ist ja auch wiederverwendbare wandmaterialien und so weiter tutaj właśnie Auma wyszczególne też jak należy to Niemcy zorganizowani zawsze prawda die Deutschen sind immer sehr gut organisiert und sie haben so eine broschüre auch veröffentlicht Taką właśnie broszurę też opublikowali jak w sposób taki przyjazny środowisku wziąć udział w targach może tego dokładnie nie będziemy omawiać und wir setzen jetzt vor Wie können die Aussteller besucher unlocken w jaki sposób wystawcy mogą przyciągnąć nowych odwiedzających Vielleicht haben sie eine Idee Vielleicht hätten sie eine Idee Być może mają Państwo jakieś przemyślenia w tym zakresie No to bym prosiła o odpowiedź po niemiecku So bitte Ah ja ich habe ich habe ja neue interessanten Angebote Neue interessante Angebote Ja sehr gut Ich habe auch so eine Antwort bekommen Prospekte Ja Werbung Das ist ja auch gut etwas freigeben Vielen Dank Herr Mati Natürlich Darüber werden wir eine neue Messe Idee Ja Das ist eine gute Idee eigentlich Herr Alexander Etwas freigeben Das ist ja auch sehr wichtig Darüber werden wir ein bisschen sprechen Also vielen Dank für die Antworten Ich habe hier so einige Beispiele Natürlich das ist nicht alles aber trotzdem könnten wir das lesen Also Besuchereinladung Wir müssen Besucher einladen Manchmal gibt es Einladungsbriefe Das ist natürlich per E-Mail geschickt Das wird natürlich per E-Mail geschickt Manchmal auch Einladungspospekt Also das war wirklich sehr korrekt Und Eintrittskarten Freie Eintrittskarten kostenlose Eintrittskarten Es gibt Geschenke Es gibt Gewinnspiele Es gibt Anzeigen in der Fachpresse Also die Werbung Werbung in den Messekatalogen Also es gibt auch Messekatalogen wo man für die Messebeteiligung werden kann Und Außenwerbung Also Plakate Benner Reklama Różnego różnego rodzaju Ale całkiem fajne są takie pomysły typu Damy część produktu A reszta będzie do odebrania na targach No I wtedy taka osoba czuje się przyciągnięta do wzięcia udziału w danych targach Und schließlich Wir haben Weihnachten gleich Also werden wir ein bisschen nur ein bisschen über den Nürnberger Christkindles Markt sprechen Das wie schon gesagt habe ist der berühmteste in Deutschland Und Sie sehen hier das Foto von diesem Markt und das zweite Foto auf der linken Seite Also das sieht wirklich sehr sehr schön aus Jeden z najszehn jarmarków Bożonarodzeniowych właśnie odbywa się w Norymberde chcesz 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 gibt irgendwelche interessanten Informationen über diesen Markt Also 2 Millionen Personen besuchen diesen Markt jährlich und Japaner sind die zahlreichste Gruppe davon Also vielleicht nicht sehr schockierend Es gibt 180 rot weiße Holzbuden Das sind die Holzbuden Die Holzbuden wurden geschildert auf diesem Foto Sie sind immer rot weiß Das ist so traditionell Und die Eröffnung ist am Freitag vor dem ersten Adventsonntag Und das sogenannte Christkind eröffnet diesen Markt Und das Christkind sehen Sie hier Wenn die Oliczbe odwiedzają sich als 2 Millionen rocznie Ludzie odwiedza targ w Norymberdze i jarmark w Norymberdze z czego największą grupą są Japończycy Japana Ważne są bardzo charakterystyczne tego rodzaju stanowiska takie biało-czerwone właśnie tradycyjnie biało-czerwone 180 około jest ustawionych na starówce na rynku w Norymberdze no i ten jarmark jest otwierany co roku przez tak zwane dzieciątko w sumie na dzieciątko Jezus natomiast bardzo ciekawa jest z tym związana historia bo to zawsze jest dziewczyna to jest immer ein mädchen also ein bisschen umgekehrt aber trotz dem wer kann das Christkind werden z tym właśnie dzieciątkiem norymbergskim wiąże się dosyć ciekawa historia bo w jaki sposób ta osoba wybirana also wer kann das Christkind in Nürnberg werden also das sind immer traditionell sind das immer die mädchen also früher waren das schauspielerinnen jetzt sind das mädchen die zwischen 16 und 19 jahre alt sind in nürnberg seit längerem wohnen und mindestens 1 meter 60 zentimeter groß sind und natürlich müssen sie auch herzlich und offen sein also sehr nett es gibt auch manche aufgaben dieses christkindes also sie muss natürlich den nürnberger markt eröffnen und diesen markt regelmäßig besuchen aber dieses mädchen besucht auch manche karitativen einrichtungen beispielsweise Altersreime und so weiter a a więc kto może zostać tym otwierającym czy tą otwierającą jarmark norymberst widzimy ją akurat na zdjęciu po prawej stronie dziewczyny pomiędzy 16 a 19 rokiem życia które najlepiej żeby się urodziły w norymberdze powinny w niej natomiast na pewno od dłuższego czasu mieszkać i mają co najmniej metr 60 wzrostu bez żadnych oszustw bo taką osobę musi być dobrze widać no i oczywiście taka osoba powinna być otwarta i taka bardzo mile nastawiona do innych ludzi gdyż jej zadaniem jest oczywiście oprócz otwarcia rynku targu i oprócz odwiedzania regularnego tego jarmarku musi również brać udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych czy też odwiedzać domy dziecka ewentualnie domy takiej spokojnej starości czyli ona ma po prostu takie troszeczkę ala można powiedzieć niż świata coś w tym rodzaju ja eine frage Alexander bitte ich hoffe ich werde das beantwarnen kto ustalał jak wydaje mi się że to było w plebiscycie takim organizowane że była taka sonda przeprowadzona gdzieś w latach 70-tych wśród norymberczyków mieszkańców norymbergi i oni chyba to jakoś zdecydowali bo wcześniej to były aktorki które były starsze po prostu a co nazwajcie weiß ich nicht so genau aber ich glaube es gab so eine infrage schwer zu sagen eigentlich schwer zu sagen aber vielen dank für die frage so was also bitte sagen Sie das jetzt oder schreiben Sie das jetzt eigentlich ok, ich habe die Antworten bekommen, vielen Dank vielen Dank also vielen, vielen Dank für die Antworten ah, Frau Akinschka hat auch geantwortet vielen Dank wir werden das jetzt sehen es ist schwer das auszusprechen auszusprechen zwätschgenmännle zwätschgenmännle bardzo charakterystyczny punkt w Jarmarku Świątecznego takie figurki zrobione z suszonych owoców also figuren ausgedörten und auf dem rechten fuchu słynne pierniczki z ciastkarni podobno najlepsze tak twierdzi der Spiegel ale czy to prawda to już muszą Państwo z nami zdecydować und die zweite und die letzte frage glaube ich an Sie was soll man essen und ziehen wir haben Nürnberger Bratwürste und die Nürnberger Altstadt also was ist was auf welchem Foto sehen Sie Nürnberger Bratwürste und auf welchem Foto sehen Sie die Nürnberger Altstadt ah, vielen Dank für die antworten Herr Geschägersch vielen Dank Frau Agata vielen Dank ich glaube die antworten sind natürlich dieselben und sehr korrekt mhm Herr Alexander vielen Dank prüfen wir das prüfen wir das jetzt natürlich zu leicht ja natürlich war das aber das ist so zum Schluss vor Weihnachten ja das ist nicht so das ist das wollte ich nicht so schwer machen also Nürnberger Bratwürste natürlich das ist B und die Nürnberger Altstadt das ist ja natürlich A also zwei A und eins B trzeba spróbować smażonej no takiej grillowanej kiełbasek prawda grillowanej kiełbasek oni to podają w takim chlebku also das ist so im Brot und no i oczywiście starówka warto zagłębić się w uliczki małe uliczki gassen prawda tej norynberskiej starówki der Nürnberger Altstadt und natürlich wir machen schon fast Schluss Entschuldigung also eine kleine wiederholung żeby coś zostało w momencie też dla osób które się zaczynają uczyć also für diejenigen die auch anfangen Deutsch zu lernen also der Besucher odwiedzający targ der Aussteller Wystawca der Veranstalter Organizator der Messestand stanowisko wystawowe die Messerwerteiligung udział w targach das Messergelände teren targów und die Kunden pflege dbanie prawda pielęgnacja kontaktów klienten das haben wir gelernt hoffentlich aber sie werden natürlich die Materialien und Unterlagen bekommen über die deutsche Messewirtschaft haben wir ein bisschen diskutiert die größten Messen in Deutschland beschrieben wir haben auch die Ziele des Messeauftritts kurz geschildert nicht so kurz eigentlich wir haben auch den berühmten Weihnachtsmarkt in Nürnberg besucht und den Wortschatz schließlich geübt ein bisschen also vielen Dank für diese aktive Beteiligung ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und wir treffen uns im Neujahr also vielen vielen ein bisschen Vielen Dank.